Hey Leute, ich freue mich gerne über ein Abo, Like oder Kommentar. Abonniert aber meinen Kanal, sonst seht ihr immer die aktuellsten Videos. Gute Frage. Ich dachte, wenn ich das Ding jetzt anmache... Ich denke, ich kann das. Hinzufügen, nur die Kohle. Bringt das irgendwas? Oder hat das keine Wirkung? Hm, das zeigt irgendwie keine Wirkung, habe ich das Gefühl. Das zeigt absolut keine Wirkung. Äh, was sagt mir denn mein Radgeber? Order? Äh... Personen. Leite Dampf durch den Komplex. Muss ich etwa vorne den Hebel wieder runter machen? So, jetzt ist er geschlossen. hier. So, jetzt muss ich das. Jetzt soll ich Dampf durch den Komplex machen. Aber wie? Ich bin ja nicht... Wie gesagt, ich habe davon keine Ahnung. Die Maschinen sind hier. Ah, einer war, einer geht. Einer geht. Der ist gefroren. Ähm, Fackel. Geht hier irgendetwas? Ich muss mal gucken. Gefroren, 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 gefroren. Sind hier alle gefroren? Das ist so eine Art Rezesuche, mal wieder. Und das hält noch die nächsten Stunden warm. Ah, das nächste. Offen? Offen. Okay. Das sollte jetzt langsam funktionieren. Ist ja immer noch gefroren. Ach, Mensch. Also die, die ich öffnen konnte, habe ich geöffnet. Was haben wir hier? Weil das ist ja... keine Ahnung was mit dem ist. Die müssen alle geöffnet sein. Aber das Problem ist... Ich kenne mich mit dem System nicht aus. Gefroren, 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 gefroren. Gefroren hatten wir, glaube ich, schon einmal. Ja. Dann werde ich definitiv noch ein bisschen Rätsel-Suche machen. Ähm, um die ganzen Dinger irgendwie frei zu machen. Ist hier vorne vielleicht noch so ein Rohr, wo man das öffnen muss? Oder... Nee. Äh, ich werde mal schauen. Vielleicht... Ich muss mal gucken, ob ich die Laterne wieder dran machen kann. Oder anmachen kann an dem Feuer. Ja. Äh, so. Das... Das spricht hier vom kompletten Komplex. Also werde ich jetzt mal hier runter gehen und durchgehen. Sofern es sich mal schneller als 3 Meter die Sekunde bewegt. Weil die Facke hält ja auch nicht mal aus. Was? Mann. Lauf doch mal. Ist hier vorne noch ein Hebel? Ich könnte nur liegen. Ein bisschen schlafen, richtig? Nee. Ich dachte, man muss das miteinander verbinden, dachte ich. Ja. Ich kann nicht mehr so sein. Ich kann nicht mehr so sein. Ich kann nicht mehr so sein. Aber erstmal, bevor ich so gemacht habe, ist zu essen. Und auch was zu trinken. Ja, ich laufe komplett wieder im schwarzen herum. Ich weiß nicht, wo ich lang laufe, um ehrlich zu sein. Warten, Schneehütte, stimmt, hier könnte man ja auch eine Schneehütte machen.